Ich glaube, man hat erst dein Baumfeller sehen gehört. Schade, dann sing ich es nochmal. Wer hat Lust, Baumfeller zu sehen? Nein, das war ja falsch. Wer will lustige Baumfeller sehen? Wer will nackte Baumfeller? Was macht denn dein Baum von Glenn Dance? Was habe ich denn jetzt für einen Schaden bekommen? Ich war fast tot. Ich glaube... Lag der Baum auf dir? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Spiel hat gedacht, der Baum liegt auf mir. Oh, ich muss was essen. Scheiße, ich bin gesundheitlich komplett... Ach du, ein Baum fällt in deine Richtung. Was? Hulala. Äh, warte mal. Bevor wir hier irgendwas noch weitermachen, ich baue uns mal ganz schnell eine Hütte. Ja. Wenn mich ein Dorfbewohner einmal schlägt, ich bin hinüber. Kommt ja, wo ist denn hier? Vor allem sehe ich nichts. Das ist echt dunkel, ne? Ich muss mal, ich muss mal, ähm... Warte mal, wo worten das? Äh, Grafik... Ich baue das jetzt irgendwie mal hier hin, ne? Das muss ja jetzt nicht schön aussehen. Wo worten das bewegen? So, das muss das mal aus... Wo worten das? Hast du noch ein paar Stücke? Also 10, um genau zu sein? Äh, muss ich gleich mal gucken. Stimmt, Stücke gab's hier wenige. Auch mal ein paar Sichtfälle. Das ist worauf. Ja, ja, ja. Wo konnte man denn... Schatten- und Sichtwelle? Filter. Filter, Filter, Filter war das. Äh, Farbkorrektur original. Wo dann? Blockbuster. Wow. Geht das? Ja, das macht halt alles ein bisschen... Ne... Ich mach jetzt nicht so, der riesengroße... Wo muss die Stücke hin? Na, in die Baustelle. Oh ne, es fehlen noch, äh, ein paar Stöcken. Scheiße. Mist, noch drei Stücke? Oh Mist, du musst trinken was essen Dir ist kalt und du bist nass Ja, geht mir genauso So, hast du mal was essen? Ja, das ist doch vergammelt schon Ne, ist alles noch... Ah, dann rüste ich das mal aus Ach komm, schon, noch zwei Stöcke Hier, jetzt, ich krieg's ja Dann würde ich sagen, schlafen wir erst einmal Ja, vor allem, ich meine, ich muss jetzt mal schnell was essen, in der Kleinigkeit Können wir schon schlafen? Gleich können wir schlafen, noch nicht Aber ich speichere erst mal kurz Jo So So Ah, jetzt eating So, du kannst doch schon was trinken, wenn du Durst hast Ach, ich will noch ein Fleisch brauchen Ja, haut das mal auf den Grill Hast du auch ein bisschen deinen Los drauf gehauen? Ich hab meinen Los drauf gehauen, ja Du hast nicht vergessen, dass wir nach einkaufen fahren müssen Das stimmt In-game, in-game Ja, im Supermarkt, um der Ecke Was hab ich denn jetzt gegessen? Nix So, ich brauche was zu trinken Musst du ein Soda trinken jetzt mal, ne? Okay, wir können schlafen Trink was und dann nicht mal schlafen Nein, du kannst doch hier, ich hab doch die Schildkröte hingestellt Mensch Oh Mist Hab ich doch schon zweimal gesagt Ah, Zeit Hast du wenigstens jetzt was getrunken? Ja Ich hab die Schildkröte hingestellt Wenigstens das, was mir übrig geblieben ist Oh, können wir die Stickies aufsammeln? Schade Okay Ich guck mal kurz, was meine Gebläse hier macht Ja Scheiße Das pustet noch freundlich ins Gehäuse rein Gut Ich hab nichts mehr zu essen Ich versuche, ob ich noch was holen kann Für uns Alles klar Hä? Wie geht denn das jetzt? Weil der Baum ist nachgewachsen Den ich hier grad gefällt habe Ja, fertig, ne? Nochmal Ich, äh, geh mal auf Nahrungssuche, ja? Ach, ich brauch schon wieder was zu essen, ja, ja Naja Aber kannst du weiter bauen? Ich suche uns was Wäre das okay so? Ja, ja, vor allem müssten wir uns mal ne Bank bauen, glaub ich Mhm Bisschen Fisch Aber das wundert mich, warum gibt's hier keine Fische Und da vorne schon Was ist denn das komisches? Stein, boah, sieht das gründlich aus Scheiße, ich heil mich nicht, Mist, ich muss Medizin nehmen Das ist kleiner Stein Hier, Medizin Mulitzin Mulitzin So, mal, hab ich noch was, dann muss ich mir nochmal schnell was grillen Ich hab halt auch nicht mehr Wo müssen wir anfangen hier? Ich hab noch einen Hase, den knall ich mir jetzt mal rein Zack So, die Schildkröte hab ich hier zum Perfekt So, guck ich trotzdem mal kurz, äh, wo war denn die Bank? Ah, hier ist er Zack, Holzbank Die baue ich mir, die baue ich jetzt erstmal ganz sporadisch hier hin Scheiße, kriegt den durch nicht! Ehh So Na, pass mal auf Wenn man das halt jetzt so Wenn ihr nicht wollt Dann willst du Dann baue ich halt ne Falle Da bauen die du jetzt Du ja He So Aber wenigstens sitcis richtig rum Hahaha Gut Gut, das klappt. Ähm, was macht mein Brathase hier? SS-Branner. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir noch elf Stickies. Puh. Haben wir uns ja was vorgenommen mit dieser Plattform hier. Ja, der passt schon. Da ist doch genug drumherum. Ich denke, es ist Donner, dabei fällt jetzt ja immer einfach die Bäume. So, erster Hasen kam. Ich mach mal noch eine zweite hin. Moment, stopp. Ja, ne, passt alles. Warte mal, dort hinten, wenn man jetzt hier geradeaus weitergehen würde, da gibt es doch ein See. Und da gab es auch Fische. Ja. Da fällt doch eben jetzt so rein. Okay. Also, das zweitwichtigste, was wir dann auf jeden Fall bauen müssen, ist ein Gazzebo. Nee. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht nochmal so wie in der letzten Folge. Ist ja sinnlos, man will ja auch mal was neues zeigen. Okay, hier dann den Übergang rüber. Ja, das könnte eigentlich ganz nice werden mit unserem, mit unserer Geschichte hier. Ich klatsche jetzt erst mal die Bäume rundherum weg, oder? Ja, ja. Aber vielleicht lässt du einen stehen, so am Haus, dass wir da noch irgendwie ein Seil rummachen können oder so. Weißt schon so. Ach so. Ach so, ja. Ja, das wäre echt ganz nice. Dann, ähm, da ist am ehesten den hier, oder einen von dieser Suche hier, der ist ganz nett. Mist, das kann man so schlecht einschätzen von hier unten, was ist das hier? Ja, weiß schon. Nee, das gehört noch dazu. Hm, dann der oder der? Ja. Da kommt der erst mal weg. So. Hier ist ein Teich. Super. Da ist auch noch schwer. Nein. Inventar. Fällt um. Jawoll. Komm schon, komm schon. Hier müssen noch Fische drin sein. PENG. War ernsthaft. Sind jetzt echt keine Fische drin. Kommt das Interface mal jetzt. Da sind keine Fische drin. Gut. Wieso muss ich eine Strecke sammeln? Hä, warum ist denn da? Äh, Hasenfalle, aber das mache ich. Ach so, okay, das ist klar. Gut, hier sind keine Fische drin. Super. So. Wir hätten ja mal gleich mal die Kettensäge finden können, hm? Tch. Aber da brauchst du ja, da brauchst du ja dann wieder den Treibstoff dazu. Eben, und den haben wir ja nicht. Den haben wir nicht. Scheiße. Sorry, ich habe nichts zu essen gefunden. Gar nichts. In den Fallen ist noch nichts drin. Ich muss jetzt erstmal was snacken. Hab ich einen Snack? Ich hab einen Snack. So. Da war noch ein Fehler, jawoll. Hmmm. So, ich fälle mal mit. Was klicken Sie denn so aggressiv auf Ihre Maus rum? Ich fälle einen Baum. aber da brauchst du so oft drücken wie der Schlag... also naja so... im Schlagrhythmus in the beat! und Baum fällt! geil der eine Baum der gefallen ist hat den anderen Baum gleich kaputt gemacht und so Holzstämmen verarbeitet sehr gut hallo, könnte ich mal... danke ich habe uns hier mal eine Bank, ne? siehst du? ah ja, ja äh hier, oh hä? ah nee, dieser Baum bitte stehen lassen ja, der so ganz da dran steht, ne? ja, der so ganz da dran steht, ne? genau, der ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg davon steht den bitte auch mal stehen lassen dann müssen wir mal gucken, einer von beiden wird dann wird dann wahrscheinlich der Zugangsbaum sein welcher von beiden wasser funktioniert stimmt, na warte mal, dann baue ich mal an den einen Baum noch, äh, äh, hier so eine, so eine Baumplattform mit, so mit Seil damit wir dann auch hoch können ja müssen wir mal gucken, dass das auch von der Höhe das dann eben deswegen habe ich eben die paar noch stehen lassen weil man nicht immer gleich weiß ähm hm an den hier, oder an den anderen guck an den hier der war eigentlich schöner, aber ich glaube das wird nicht möglich sein doch, wir müssen ja dann oben eine Brücke bauen von der Bahnplattform mach, dann mach mal eine dran probier das mal ach so, von der ach so, dass wir dann von der Bahnplattform zu unserem, äh, zu unserer zu unserem Fundament müssen wir dann eine Brücke hängen ja, es geht nämlich gar nicht ich kann das nicht dranhängen das geht nicht wie sieht es hier aus das ist alles halt so tief das ist alles halt so tief dann müssen wir einen Baum nehmen, der weiter weg ist und dann eine Brücke nach oben das geht ja dann ja, aber das soll ja nicht so weit weg sein naja, wenn wir ein bisschen weg laufen müssen nimmst du ein, zwei Bäume weiter weg und mach mal eine Brücke dann trotzdem dran das geht doch das sollte doch funktionieren hm muss doch jetzt nicht genau daneben sein und genau Level also ich könnte jetzt diesen Baum hier nehmen aber das ist halt halt wirklich weit weg das ist wirklich ein bisschen weit weg warte mal, dann den hier vielleicht wir können den hier, aber da müssen wir dann halt ne wirklich ziemlich steile Treppe ja, das geht doch schon ja, hingebrücke, die ist doch da ist der Winkel egal also kannst du den anderen Bäume wegklatschen ne, die darf man vielleicht der Optik wägen ich überleg bloß gerade noch wegen Winkel das ist das halbwegs das ist das halbwegs, aber das hm naja, das wird schon gehen die wird dann wieder so hässlich diagonal irgendwie rangeklippt irgendwie naja, das passt schon da ist noch nix entfallen drin das ist enttäuschend enttäuschend da muss man das mal auf die Bank setzen alles nochmal oh, flieg doch mal nicht in die Felsen rein da ist der Hase ganz da ist der Hase ganz spottend an mir vorbei als ich gerade gesessen hab oh ja, manche Baumstimme kann ich auch noch im Felsen nehmen hey, ich wollte dich nicht hinsetzen oh guck mal, ich sitze andersrum hm ich glaub, man kann sich so und so umsetzen kann das sein wüsst nicht das Experiment jetzt mit Brüschbohne ja ich glaub, du solltest ein Tutorial machen wie man sich in The Forest am besten hinsetzt ok was, so tief? naja, ging halt nicht anders du kannst ja noch mal probieren, ob du einen anderen Baum findest das ist halt das Problem naja, da lassen wir doch gleich mal gucken naja, erstmal mal schnell die Baumstimme dran naja, da lassen wir doch gleich mal gucken hier ist ein bisschen mit deinem Stewardessen Outfit da rumläufst ja, das ist so Baumstämme tragend so also, eine Baumplattform ja, versuch's nochmal mal Möbel, ne, ist ja nicht mein Möbel das ist ja hier hä, hier geht's auch dran aber da passt der Winkel dann nicht ja, klar, verstehe ist das ja lustig ja, gut ne, ist alles gut dann lassen wir's so dann lassen wir's einfach so mal halt weiter weg wie sieht's mit dem Baum hier aus? ich möchte dann so eine Seilrutsche haben oh ja ne, das müssen wir unbedingt machen das würd ich auch gerne über das Loch machen von hier aus ne ne, es ist, es tut mir leid es geht's leider nicht anders weiss ich nicht weiss ich nicht Achtung Achtung Gesundheit Achtung Gesundheit Achtung Achtung so, hier wird wohl schön ausgedünnt Achtung Oh, meine Güte es ist aber heute auch ja wieder mal nächst Marathon aber es ist für guten Zweck aber es ist für guten Zweck Füss ja die vollgeschnupften Taschentücher werden dann in den bedürftigen Länder geschickt HALTER also weh ist da ha ha das ist Aktion äh, Schnäuzi ja hä, wieso hab ich meine Axt nicht mehr? guck mal, ich geh mal kurz auf den Berg hoch ja guck mal, ob da was geht ob's hoch genug ist ja, ja, ob das immer... ja, ich guck mal kurz was so ja, ja, ja so, da kann man so hier genau, da müssen wir uns dann hier eine Plattform dran machen ich guck gleich mal B hä? was ist das denn jetzt hier? eh ja, das ist ja quatsch wow ja, toll, da bin ich rumgerutscht das ist ja jetzt nicht so toll ne, warte mal kurz was wir mal anders machen dann muss ich noch mal hoch ach ja, ich wandre ja so gerne in Forrest den Berg hoch bam bam die Beute auf dem Öl Aktion Schnäuzi das ist wohl letztlich leider etwas inkorrekt hä, warum geht's denn nicht? soll aber jetzt mal das Problem nicht sein da war ich halt ne Treppe, gibt das? so, also dann hier so, aha, so könnte es gehen ja ups ah wieso ja, das geht dann cool ach ne, das sieht shitty aus kann man denn stand da einer auch ne, stand da keiner das ist ein übelst dummer Übergang glaub ich wir müssen alles wieder abreißen ne, ne, das passt ja also unsere Plattform, das geht schon aber wie die Treppe? ich weiß nicht guck mal auf meinen Bildschirm oder guck mal her ja, ich seh's ja, also ich find's okay ist halt hm ne, weil es halt wieder so kack äh diagonal ist aber hm ja, es ist jemand in der Falle ja, genau es ist jemand in die Falle getreten ich hab uns manchmal den Übergang hier oben klargemacht ja ich brauch was zu essen äh ja, ich geh gleich was zu essen holen äh, kann ich hier nix dran haben? man muss einfach den Winkel gut finden man muss einfach den Winkel gut finden das haben wir also auch gleich hier hä? wieso geht ich kann das Zeug nicht ran bauen äh, hallo? dankeschön man muss doch E drücken, oder? an sich schon an sich schon ups hä hä wo ist denn unser Feuer hin? existiert das noch? ja, es muss entfacht werden wieder beziehungsweise wieder neu aufgebaut, weil es existiert glaub ich nicht mehr ja ich brauch das mal für die Bank hin wow halt ich roll mal ein paar Baumschirme runter warum lassen sie sich nicht mal wegrollen manuell obwohl ich gut, jetzt ist der Übergang hier fertig gut ich komm mal runter ja ich müsste doch einfach hier runter sliden können, oder? wenn du vorsichtig bist, ja ja hat geklappt so, was lege ich mir denn jetzt drauf was kinder hier, alter zack kann ich von dem Hasen was essen? das ist ein Lurich und eigentlich nicht ne, gut wir brauchen vielleicht noch einen Drying Wack oh ja das könntest du das suche ich mal raus ähm halt ne, das hast du jetzt ein Möbel her ja siehst du bei, äh, bei deiner Einstellung gerade, äh, mehr als vorher? ist es mehr ich bin mir nicht ganz sicher kommt mir zumindest nicht so vor ok ja, oh Gott, ich muss dringend was essen ja, oh Gott, ich muss dringend was essen scheiße ich komm mal an die Treppe ich kann an die Treppe nichts reinladen, irgendwie ich kann an die Treppe nichts reinladen, irgendwie ähm, ja ähm, ja weiß nicht, wenn wir vielleicht ja erstmal unsere Plattform fertig machen, bevor wir uns was zum Slipen bauen ja ich muss ganz kurz mal auf Feuer wärmen Feuerwehr Feuerwehr ja, das auch ähm, ja Potential wow okay äh, ja, wisst schon, ne, kann auch mal was kaputt gehen, wenn man einen Baum, äh, irgendwo reinhaut wie kann man denn wie kann man denn ja wahrscheinlich müssen wir nur die Plattform von oben fertig machen wenn unsere, denn die große Plattform fertig ist, muss man dann oben mal Bäume fällen ja und, ähm, die von oben dann ran tragen an die Treppe und jetzt aus, was sie in C drücken und blubblubblubblub und alles zerfällt neee oh, 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 mir ist kalt, warte ah, sitting by the fire wir müssen dann unbedingt Blaubeersträucher auch anpflanzen und wir müssen sehen, dass wir Kaninchen züchten züchten yes oh, warte mal was ist denn das Haar so, was kann ich denn hier mal noch, wie viel Snack hab ich ne, das bringt nichts 5 Snacks ach du, Ibera-Sahme du kannst doch mal gucken, ob in der anderen Kaninchenfalle was drin ist wo ist die denn? also eine ist gerade bei mir, aber, oh, da ist es kalt eine war grad, hab ich grad bei mir es gibt auch noch eine weiter hinten oh, oh oh ne, hat geklappt gut ich dachte, der fällt jetzt ungünstig, der Baumstamm und dann hm ach, okay was läuft denn mit dem Baumstamm oh, Gott, mir ist es kalt ja wir müssen sehen dass wir die plattform und eventuell einen schlafplatz darauf fertig kriegen am nächsten tag ja ich muss jetzt einen snickers essen glaube ich ja das musste ich uns auch schon machen es bringt aber nur halben machen natürlich ist es auch bloß ein snickers wenn es ein mars wäre dann wärst du auch was ne ja wenn ich da haben wir packt der hummer schummelum ich bin nicht steine aufheben sondern die plattform ist fertig so jetzt muss man was wirklich die treffe zu machen ich habe ich ja dann müssen wir hoch weil oben ist da liegen auch noch beim stemmen liegt ein toter durch das kann sein beste methode tiere zu töten bäume drauf schmeißen also schon dieser gedankengang ich suche jetzt nach einer methode tiere zu töten boah na bloß gut bin ich bei aktion schnäuzi dabei da mache ich was gutes schnäuzi dabei wehe du hättest nicht mehr weggesnackt so wollen wir mal hochgehen nachgedacht darüber umliegen auch noch baumstämme ok ups hä ich hänge am baumstamm fest tja was kannst du eigentlich ruhe oh man ist ja tatsächlich schnell hier oben ach so ne mir fehlt ja noch die treppe äh wir müssen ja noch eine brücke bauen von unserem übergang hätte fehlt noch warte guck so äh wo ist er was ist das eigene treppe hänge baumhänge aber mach mal versuchen eine hängebrücke das dürfte eigentlich gehen dadurch dass es oh scheiße es gibt ja hier ich denke mal ich kann ein schiff drücken wie minecraft hehehe oh fuck hm 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 was hast du denn gemacht ich kann die ich kann die hier nirgendwo anklippen ernsthaft dann geht es vielleicht doch nicht weil bei mir hat es bei uns auch nicht funktioniert ich wollte statt der treppe nämlich wollte ich eine hängebrücke machen aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert da müssen wir jetzt noch so ne ne da müssen wir jetzt noch so ne hässliche plattform hier dran machen weißt du das denn eine plattform so ne kleine plattform an der treppe halt ne eigene treppe nennt sich das ach eigene treppe ja toll du musst wieder hoch jetzt ups boah ich dachte kurz hier gäbe es Schlangen weil es kurz so gemacht hat mir ist kalt ich hab hunger ahhh und da oben gibt es keine Fische in diesem Teich mann shit wie bringt mir denn das mal von hier unten machen na komm fall um oh ich krieg Schaden shit zu kalt jo hm so ja doch es geht wo ist das Feuer so also ich hab da oben jetzt mal eine eigene Treppe hin gemacht ja die ist so jetzt nicht schön aber pack die Kabel ja da ist ja hier genauso das ist halt nicht so besonders ästhetisch aber es geht ja nicht ästhetisch aber es geht ja hier ums Überleben wie hast du denn jetzt hier kriegst du die Baum schon wieder dran ich springe ein bisschen scheiße hoch es gleich einfach mal dunkel wird tatsächlich ist ein OBS fast ein bisschen heller als auf meinem richtigen Bildschirm so und Freunde wie es weiter geht sehen wir glaube ich in der nächsten Folge jetzt schon es geht es immer so schnell rum wie lange machen wir jetzt eigentlich die Folge immer jetzt sind sie 35 Minuten gerade na gut es reicht ja dann auch ne es reicht auch mal ne ja gut bis live 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 Vielen Dank.